Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw und dem Beagle. Ich verschwende hier dran richtig Zeit gerade. Ich krieg die Scheiße nämlich nicht gelöst. Da können die mir das auch noch so einfach machen. I don't care. Ich krieg es einfach nicht gelöst. Achso, jetzt haben sie es idiotensicher gemacht, oder was? Ja, die Rätsel werden in der Tat immer einfacher, je blöder man sich anstellt. Manche sind aber meiner Ansicht nach so beschissen, dass ich die auch gar nicht brauche und haben möchte. Halt die Fresse, McGillicuddy. Halt einfach dein verfluchtes Maul. Ich habe schon keine Geduld mehr. Ich habe schon keine Geduld mehr, diese Rotze zu machen, ey. Ich habe keine Geduld mehr, diese Scheiße zu machen, Leute. Hab ich nicht. Weißt du, der beleidigt mich die ganze Zeit. So richtig frech einfach nur. Weißt du, ich rette ihm den Arsch. Ich rette ihm das Leben. Who the fuck cares? Ich bin einfach mal Scheiße und ein Arschloch. Und wenn ich das jetzt gleich nicht schaffe, werde ich den dritten Part halt irgendwann anders aufnehmen. Aber nicht mehr heute. Ich habe da nämlich keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich God of War spielen und wollte das nur fix machen. Jetzt geht die Scheiße da oben nicht. Mann! Ja, in 2 Minuten 14 schaffe ich das sowieso nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Hurry, 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 hurry. Wenn du nicht hurryst, dann bin ich beleidigt. Mein Gott, halt doch einfach dein gnadenloses Maul, ey. Knötenknopf, ey. Ach, komm, ist okay. Und dass sie mich wie immer hier so einfach rausreißen, finde ich natürlich auch pornös, ne? Also... Bastard! 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 Könnte... Habt ihr noch Bock drauf, ihn zu hören? Ich nicht. Ja, Dude, ich bin dabei, mich zu fucking hurryen. Aber es funktioniert halt leider nicht immer so, wie man sich das wünscht, ne? Jetzt bin ich schon wieder an diesem einen dran, ey. Das ist doch nicht wahr. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob sie es einfach idiotensicher gemacht haben, aber... Oh, Mann! Ja, das ist... Das ist, das ist, Tom. Ist es vorbei? Ich kann... Ich kann es trotzdem fühlen. Nein. Wir sind trotzdem hier. Wir sind trotzdem gebrochen. Du hast einfach gebrochen. Wie... Warte. Was... Was... Was machst du hier? Der Körger ist los, weil du dich. Weil du nicht... Oswald, hörst du... Did you see what he looked like? Anything? Say, by a scumbag like you. Dirty cup. A scumbag? Arschloch. I don't know. I remember checking my mail, then going to get some water and... Maybe I was... Wrong. About you. I didn't. I think I know who Jigsaw is. I think he's in this place. We just need to find him. Vier Minuten, das heißt, ihr habt 16. Ich hätte nämlich mein Dings nicht gestellt. Mein Timer. Ich hab mehrere Versuche gebraucht. Ich bin zwischenzeitlich sogar einfach am... Sie haben Aphasie. Aha. Was ist Aphasie? Ich weiß es echt nicht. Finden Sie Jigsaws. Nächsten Hinweis. Vollidiot. Und dafür habe ich jetzt so viel Zeit verschwindet. Tja. Müsste ich dazu sagen. Aber danke, dass du die Falle ausgelöst hast. Das ist kein Thema. Wisst ihr, Leute? Und dafür habe ich jetzt meine Zeit geopfert, ne? Dafür. Oh, ey, komm. Wer braucht schon einen Gesundheitshypos, ne? Ah, lauf noch mehr durch die Scherben, du Trottel. Schweinebärme. Schweinebärme, schon wieder. Man hat schon überhaupt keine Lust mehr. Überhaupt nur zu gucken. Es speichert. Das macht mich misstrauisch. Wenn etwas speichert, dann macht es mich misstrauisch. Mann! Ich will doch nur zu dem hier rüber. Ich will doch nur zu dem hier rüber. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diese Ungenauigkeit. Ist der Wahnsinn. Oh, was ist das denn? Ja, heb's doch auf, du Trottel. Ich, ich drücke. Nein, er will nicht. Dann nicht. Ich benutze die Bomben ja eh nicht. Hallo, Oswald. Mein Name ist Pam Jenkins und ich interessiere mich schon seit einiger Zeit für ihre Arbeit über den Jigsaw-Killer. Im Moment schreibe ich ein Buch über dieses Thema und ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie an einem Treffen interessiert wären. Ich weiß bereits, wie Sie aussahen, äh, sehen, da ich ein Bild von Ihnen auf meinem Schreibtisch stehen habe. Mit freundlichen Grüßen, Pam Jenkins. Igitt. Aber die Namen sagen einem halt auch doch immer was. Ich meine, Jenkins hat auch eine Rolle gespielt im Film. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Man weiß es nicht. Man munkelt noch, was ich eingesammelt habe. Da hinten liegt da der dumme Oswald. Warum kann ich... Oh, okay. Kann ich da auch blind reinlangen? Ja, ja. Ich meine, Leute, das müsst ihr verstehen. Das funktioniert auch blind. Greifst du im Dunkeln einfach in so einen Pott voller Spritzen rein. Und es passiert nichts. Die ganzen Krankheiten, alles kein Thema. Alles kein Thema. Oh Gott, was will Jigsaw jetzt nur von mir? Ich hoffe, ich kriege hier in den nächsten elf Minuten, beziehungsweise irgendwann in elf Minuten, einen guten Speicherpunkt. Äh, was? Was? Wo? Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aua! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Tschüss, tschüss. Ich will die weg. Oh Gott. Leute, das war jetzt pures Glück. Ich dachte mir, ich renne einfach mal weg und hoffe das Beste. Den hat es jetzt eiskalt erwischt, oder? Hat ihm voll aufs Maul gegeben, der Penner. Jetzt darf ich bloß nicht in irgendeine... Da war eine Hypo drin. Und ich habe es gesehen, Leute. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ha! Ha ha! Wo ist der denn zusammengeschossen, ey? Wo ist der? Ich habe doch gehört, wie er Buff gemacht hat. Wo hat er denn Buff gemacht? Habe ich seine Leiche jetzt einfach übersehen, oder wie? Ah, ich habe seine Leiche übersehen. Ne, das Rohr möchte ich nicht. Aber ich möchte die Leiche nach Dingen untersuchen. Eine Gesundheitshypo. Nehme ich doch gerne mit. Ich glaube, das ist der erste Typ, von dem ich eine Gesundheitshypo habe. Aber sicher bin ich mir nicht. Ne, wie war das nochmal? Ja. Hm. Ich frage mich ja, ob sich das überhaupt lohnt. Aber sei es drum. Hm. Du wisst ja, wie gern ich dir so Rätsel mache. Nicht? Hm. Okay. Nein, das ist es auch nicht. Oh Gott, dann nicht. Was auch immer es ist, ich werde es nicht brauchen. Ich hoffe ja natürlich, dass es jetzt nicht auf Zeit geht. Hm, hm, hm. Ja, ich habe letztens Bayonetta gespielt, den ersten Teil. Und da kommt direkt im Prolog einfach dieses unglaublich geile Cover. Das ist ein bisschen creepy. Nein. Ach so. Ach, deswegen war das da, damit ich... Ich finde die Logik ziemlich mies. Ich kann jederzeit aufhören. Ne. Das ist ja mein Problem. Ich kann nicht aufhören. Ich habe immer so ein bisschen noch ein Zahlenschloss. Ich kriege doch zu viel. Hm, okay. Finden sie die Kombination. Was will ich denn immer mit von der anderen Seite verriegelt... Okay, was will ich denn... Ah! What? Au! Me... Ah! Sei froh, ich habe dich vorher schon getötet. Was ist denn los? Lass... Lass doch... Das ist schön. Nimm sie. Aber lass dieses dämliche Rohr bitte los. Lass es fallen. Lass es bitte einfach fallen. Lass es los! Lass die Tischlampe los! Hast du jetzt... No, okay. Mir war gar nichts drin, außer der Typ. Na dann. Wolltest du, dass ich in die Falle renne? Hm? Aha. Unlocking the Psych. Zwei. Sechs, zwei, acht. Das kriege ich hier, glaube ich, gemerkt. Sechs, zwei, acht. Aber nur gerade so. So, sechs. Zwei. Und die... Acht. Wie groß ist das hier eigentlich? Ich meine, es muss ja hier gigantisch sein. Ich? Du konntest nicht mich meinen. Okay. Muss ich mich hier wieder fallen lassen? Bin 30, würde ich schon gerne die Leiter nehmen, weil Detective Tab sehr empfindlich ist. So, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Oh, dem geht's nicht gut. Oh. Oh. Is this it? The test? The test? You waste your life looking for tests. Looking for an easy fix to your pathetic life. I know. That's why I wanted to be tested by you. To change it. You waste your life. Looking for a way to be tested. And what is the point of the test? I don't know how to live without it. Ganz schön krank. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Obi. Obi war ein Knobi. Irgendwie sieht das hier nach einer Stelle aus. Warum kriege ich hier einen Speicherpunkt? Kann mir das jemand sagen? Das macht mich misstrauisch. Pam, es hat mich gefreut, Sie zu treffen. Und ich habe es sehr genossen. Ich schreibe diesen Brief, um sicherzustellen, dass ich legal abgesichert bin. Lassen Sie es mich deutlich ausdrücken. Ich werde Ihnen nicht bei Ihrem Buch helfen. Ich schreibe momentan selbst ein Buch. Und wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite, würde ich mir nur selbst schaden. Aber es hat Spaß gemacht, Sie kennenzulernen. Ich hatte zwar nicht vor, mit Ihnen zu flirten, aber ich muss bei dem Gedanken, dass Sie jetzt nicht wissen, was Sie tun sollen, dennoch bereit grinsen. Oswald Mikkelikati. Fest betrugen Sie mich nicht mehr an. Was ein Arschloch. Es ist so tragisch, dass der gestorben ist, ne? Naja. Oh, eine Flasche. Okay. Schon wieder so ein Schallkastenscheiß. Jigsaw hat einfach nicht genug davon. Aber ich habe sowas von genug davon, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Achso. Da bin ich flügelfrei. Okay. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie... Okay. Nein, nicht schon wieder. Lars, Mann. So, mal sehen. Schauen wir mal, wo das hier lang geht. Das ist mit dir, Dude. Geht's dir gut? Nein? Schade. Dem geht's nicht so gut. Also hier wäre schön, einen Speicherpunkt zu kriegen. Cut by a surgeon's hand. Das glaube ich aber nicht. Oh, eine Taschenlampe. Was ist das, was ich hier die ganze Zeit... Boah, ich hab einen Speicherpunkt bekommen. Sehr schön. Dann werde ich mich hier auch nicht mehr allzu weit wegbewegen, wenn ich ehrlich bin. Ach, das ist diese Kamera, die ich da höre. Von der anderen Seite verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Hm. Noch so einer. Wo bin ich hier überhaupt? Was kann ich denn hier machen? Ups. Oppala. Entschuldigung, Dude. Das wollte ich nicht. Nein! Das war meine Strafe, ey. Das ist meine Strafe. Bleib hier. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg von mir. Nein, du sollst weggehen von mir. Geh, verpiss dich. Okay, ihr Lieben. Ich mach dann jetzt hier einen Cut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich nehme an, nächstes Mal müssen wir die Kerle nochmal machen. Aber ich mache hier wirklich Schluss für heute. Ich werde ab nächster Woche, also ab nächstes Wochenende, dann quasi, wieder normal mit 30 Minuten aufnehmen. Jetzt war es mir nur wichtig, dass ich die beiden Wochenenden vollkriege und genug God of War trotzdem noch spielen kann. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hinterlasst mir gerne einen Kommi. Sagt mir bitte, dass ihr es genauso bescheuert fand, wie Oswald gestorben ist, wie ich. Ich hätte mir die Mühe auch einfach sparen können, ihn zu retten. Hätte keinen Unterschied gemacht. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.